Hey Freunde, damit kommen wir zur Finsterhase-Herausforderung Phase 5 von 5. Eliminiere in der Kippwelt ein Würfelmonster mit einer Explosion. Explosion können wir natürlich mit Granaten, Benzinkanister und Raketenwerfer machen. Die Kippwelt ist natürlich hier die orangene Fläche oder hier die Kippweltanomalie. In meinem Fall machen wir das jetzt hier in der normalen Kippwelt. Dazu brauchen wir natürlich erstmal ein paar Granaten oder einen Raketenwerfer oder einen Benzinkanister. So, dann bewegen wir uns hier einfach rein. Dann suchen wir uns ein Würfelmonster. Ich empfehle euch die Schwächeren zu nehmen. In dem Fall hier war es das Starke. Das ist nicht so gut, weil das kaum Schaden zieht, wie ihr hier seht. Und dann sollten wir natürlich auch treffen. So, am besten alle auf dem Haufen hier. Sack und einfach reinschmeißen. Und wie ihr seht, ist die Herausforderung dann damit auch schon abgeschossen. Wenn ich euch damit weiterhelfen konnte, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und bis dahin sehen wir uns zum nächsten Clip. Ciao! Untertitelung des ZDF, 2020